Hallihallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist CationLP und nun endlich nehme ich Gunmaster auf. Lange habe ich darauf warten müssen und jetzt funktioniert es und ihr hört im Hintergrund schon diese tolle Musik, die mir freundlicherweise völlig lizenzfrei zur Verfügung gestellt worden ist. Und mit dabei ist heute Playz und ihr seht das hier schon auf Rang 1 mit 31 Kills, der Lappen, ist Benni, hallo. Servus, so schaut's aus, ne? Da ist nix mehr hier mit Noob und sowas. Richtig, jetzt spielen wir auf einmal Eroberung, steht hier. So, Eroberung, ja gut, ist ja Wurst, machen wir halt hier mal Eroberung. Ja gut, ich habe mich so auf Gunmaster gefreut, aber dann spielen wir eben die Eroberung, wir gehen bei den 1 Quad, sind wir schon, oder? Ah ja, es ist Eroberung. Ja gut, dann gibt es halt Gunmaster das nächste Mal, also wir waren gerade die ganze Zeit auf dem Server drauf, wir haben Gunmaster gezockt. Genau. Und ich nehme jetzt hier gerade die erste Base, ein auf B. Jo, er fern recht geschafft. Jawohl, direkt auf C rüber, hier ist der erste schon Death, hier. So, aufpassen. Oh, fuck, da ist direkt einer, der hat mich. Ja, ich habe einen Medic. Medizin, hier Medizin, mich mal. Ich habe zwei gekillt. Dass du auch nicht auf dich alleine aufpassen kannst, Benni. So, weiter geht's. Ja, ich raue mich auch nicht raus. Oh, Granate. Ja, das war meine. Okay. Warte, hinter uns, hinter uns. Flagge ist eingenommen. Hab ihn. Ich lasse uns B holen wieder, bitte. Doppelkill. Oh, fuck off. Ja, jetzt habe ich auch ein paar gekillt hier. Belebe mich mal wieder, oder hast du keinen Medic? Doch, habe ich. Ansonsten spawn ich gleich bei dir. Ich liege da irgendwo an der Flagge rum. Jetzt bin ich da. Jo, danke. Ich gucke mal, ob ich dich noch finden kann. Jo, hab dich. Super. Ich denke uns mal den Rücken hier ab. Jo. Okay, hier scheint alles easy zu sein. Lass mal weitergehen zu C. C gehört uns auch schon. Oh, diese Lampen. Ne? Unglaublich. Von hinten und von vorne. Ich habe einfach mal ins Licht geschossen. Ja, hast du irgendwas gerissen? Ja, klar. Ich habe noch mitgenommen hier. Ehrlich, ich habe auch schon so viele abgeknallt. Das ist eigentlich sehr, sehr merkwürdig. Was ist denn das für eine Map? Ich glaube, dass die es nur Premium-Spielern vorbehalten erst mal. Oder gibt es die Schonen zu kaufen? Oh, zwei gegen einen. Ja, nee, keine Ahnung. Also wir haben ja beide Premium. Genau. Hat mir der Benni geschenkt. Ja, wir haben sie gesporen, so hat. Toll, ganz fein. Warte, Applaus. Hey. Lass mal hier ein Team spielen. Wo bist du denn eigentlich? Der alte Wichser. Ja, ich bin hinter dir, Benni. Du schleimst dich hier wieder. Oh, Feind. Oh, das warst du? Ja, toll, danke. Es belebt mich wieder. Was? Niemals. Hier ist noch Medi-Pack. Hier, drücken Sie die Leerttaste ganz schnell, um aufzustehen. So. Jetzt mal hier ein bisschen safe machen. Jo, lass mal A einnehmen. A wird angenommen. Lass du B wieder runterlaufen. Ja, komm. Na, lass mal hier hinten rumgehen. Sicherheitshalber. Durchs Haus. Ja, hinter dir, hinter dir. Bin tot, komm zurück. Ja, warte, warte. Der kommt hoch. Ich habe gerade nachgefahren. Ja, okay, sonst spawne ich jetzt bei dir. Das Schwein. Sehr gut. Ah, schon wieder tot. Fuck, ey, aber ich habe den einen noch erwischt. Jo, jetzt kam sie wieder von beiden Seiten. Unglaublich. Oh, mich hat irgendwer wiederbelebt. Ja, mich auch. Oh, alles niedergemetzelt hier. Scheiße, bin ich geil. So, hier gibt es ein Medipack für euch, Freunde. Das ist schon mal nett. Hier, ich fahre auch noch mal eins hin. So, bist du da? Ja, du liebst ja doch. Das ist mich gerade wiederbelebt. Ich weiß es nicht, ne? Ja, kommt noch was. Ich höre hier was laufen. Naja, ich gucke. Ich halte hier unten die Treppe frei. Guck mal nach oben, dass mir da keiner von oben reinballert. Das sieht gut aus. Wir sollten uns vielleicht jetzt ein bisschen was Flaggen beschränken. Komm die Treppe hoch und stell dich da an die Tür. Da kommen zwei. Ich spawn jetzt wieder bei dir. Fuck. Jetzt auch nicht mehr. Ja, einer war da schon im Raum drin. Habe ich nicht gesehen. Er hat mich auch ziemlich spät. Jo. Ja, und die Musik ist so toll. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr euch die Mucke gefällt. Zum Download gibt es sie sogar in der Videobeschreibung. Alles ganz legal. Könnt ihr gerne hören. Ob ihr die für euren YouTube-Kanal benutzen dürft, falls ihr einen habt, das weiß ich nicht. Dann müsst ihr den Kollegen fragen, der die produziert. Das habe ich gemacht. Komm mal mit hier. Jo. Und da ist C. Lass es direkt hinterlaufen. Ja, die nehmen gerade C ein. Und wir spielen natürlich hier auf dem Hardcore-Server. Damit wir auch was erlegen können. Oh, scheiße. Der Cation jedes Mal knallt er mich ab, ey. Unglaublich. Wie so eine Schleimschnecke, ey. Oh, fuck. Da sind lauter Feinde hier. Sehr miesische Nacktschnecke bin ich. Und bin schon tot. Und wieder tot. Und wo kamst du? Von hinten? Ja, ja, der steht da mit einem Laserpointer. Wo denn? Äh, neben der Flagge, hinter der Flagge. Von hinten, von hinten. Hab ich gerade mal gesehen auf dem Radar. Hast du mich wiederbelebt gerade? Nee. Ich? Ja, einmal. Achso, du lebst ja noch. Oh Gott. Ich sterb hier 1000 Tode. Werf mich überschützend vor dich. Ah, gut. Wird Zeit, dass was zurückkommt. Du lebst mich nicht mal wieder. Achtung, pass auf. Hier kommt gleich noch mal was. Was kommt denn da? Guckst du da! Ah! Hab ihn! Verlebt dich wieder. Komm, wir bleiben jetzt nicht. Ich bin tot! Nein! Lebst du noch? Nee, auch nicht mehr. Jetzt haben sie mich erwischt. Scheiße, ey. Ja, gut. Kein Problem. Mach aber Fun, mit dir zu spielen. Ist ja nicht mit allen so, leider. Jetzt bin ich hier in der Pampa gespawnt. Scheiße. Komm mal hier runter. Wo bist du denn? Ja, lass mal von hier oben das Feld aufräumen. Jo. Irgendwann einen Nate runterschmeißen. Lass mal hier ein bisschen in Deckung gehen. Da ist schon einer. Ich seh deinen Namen, aber ich seh dich nicht. One man down. Okay, Flagge einnehmen wir mal runter. Lass mich runter, du gibst Deckung. Nee, 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 mach nichts. Lass uns von hier oben flankieren. Okay, jetzt lass die anderen einnehmen. Wir flankieren hier oben. Okay. Dass er wenigstens C hier einnehmen kann. Ist eingenommen. Hier kommen Nades an. Von rechts unten kommen sie. Ich seh sie nicht. Oh, oben war was. Oben war was. Ich helf mal unserem Mate hier. Oh, ich seh ihn. Er ist hinten in der Ecke rechts. Oder war das gerade? Ich habe ihn noch gesehen. Ja, so eine Scheiße. Vielleicht kann man jetzt hier mal einen Man hier helfen. Ja, scheiße. Jetzt bin ich auch down. Hab aber diesen Night View. Hab ich mir gepackt, den Lappen. C müssten wir auf jeden Fall halten. Wo bist du, Cation? Hier, hinter dir. Direkt hinter dir. Lass B einnehmen. Hier runter, komm. Ja, ich bin da. Ich bin da. So, du Deckst vorne, ich Deck hinten. Jo. Okay. Noch decken? Ja, ja, decken. Nach wie vor. Hast du eingenommen? Ja, ja. Gehört schon lange uns. Darum frage ich noch decken. Ja, dann komm mit weiter hier hoch. So, taktisches Vorgehen ist natürlich beim Battlefield. Da ist A und O. Gerade auch im Häuserkampf. Richtig nice. War ja gerade eine Granate oder habe ich mich da verguckt? Ja, keine Ahnung. Hier ist irgendwo einer. Wow. Ich guck mal nach hinten. Achtung, Claymore, Claymore. Hier lag eine Claymore. Claymore, Claymore, egal. Oh, da oben. Okay, scheint alles klar zu sein da drin. Ja gut, zwei haben wir jetzt hier. Gehen rechts rein. Kurz warten. What the fuck? Scheiße. Und nochmal, du hast mich teamgekillt. Das ist nett von dir. Bin wieder tot. Hilfe. Ja okay, ich spawn gleich bei dir. Lauf da nicht hin. Ich glaube, da ist irgendein Sniper. Ich bin mir nicht sicher. Komm, spawn du bei mir wieder runter. Ja, ich bin da. Hier, du brauchst eine Medipack-Keule. Hier sind Granaten überall. Ja, die kommen jetzt hier gleich. Okay. Da sind sie kommen, die Lappen. Ach, ja, das gibt's doch nicht. Komm, belebe mich gleich wieder, wenn du hast. Nee, ich hab mir erwischt, aber den anderen nicht. Da waren zwei, drei sogar. So, jetzt aber. Ja gut, B wird jetzt eingenommen. Ja, lass runter. Ich bin direkt hinter dir. Hier ist kein Mensch. Ach so, da oben ist einer. Doch, doch, hinter der Tür. Ist down. Komm, Flagge einnehmen. Jo, gehört uns schon. Oh, warte mal. Hier liegt doch einer rum. So. So, Flagge steht. So, dann komm mal mit hier, Cation. Zurück. So, den Geheingang hier lang. Das ist im App wahrscheinlich schon auswendig gelernt, Benni. Nee, nicht wirklich. Hier ist sowas in den sanitären Anlagen. In der Küche sind immer. Die sanitären Anlagen. Andere sagen Scheißhaus dazu. Benni sagt die sanitären Anlagen. Sicher. So, jetzt sind wir hier im Etablissement mit den Shisha-Pfeifen. Da, Feind. Oh Gott, wie gewählt. So, einer ist down. Ja, ich habe den zweiten. Ah. Medi-Kick. Der Tod. Grenade. Tot. What's out for Grenade. Tot. Okay, danke. Spasiva. Spasiva, blit. Feind. So, ich laufe jetzt hier zur Fahne. Ach, die gehört schon. Oh, von hinten. Treppe. Yo, zu spät. Was mit einer Reaktion mit so einer Blindschleiche? Ja, das ist meine Maus. Die ist ein bisschen kaputt. Okay, dann müssen wir den in der Maus sponsern. Ja, genau. Eine von Razer, bitte wieder. Oh, von hinten am Spawn. Der läuft jetzt runter auf D. Ja, ich habe ihn. Bleib. Ich habe dich. Schmeiß den Nate runter. Warte. Den Nate'n war jetzt weg. Ja, den habe ich erwischt, den Typen. Ja, da ist noch einer. Pass auf. Siehste? Jo. Sehr gut. Ich decke hier mal hinten euch ein bisschen an den Rücken und so. Und weiter. So, dann wieder hier zurück. Andere Seite, komm. Wieder zu den Sanitäranlagen. Wieder zu... Ja, durch die Küche. Jo, ich komme. Mal ein bisschen schleichen, mal ein bisschen leise sein. Oh, fuck, hier in die Granate gerannt. Ich lebe aber noch. Warte mal kurz. Oh, von hinten, von hinten, Benni im Gang bei der Flagge B. Da ist mindestens einer. Destroyer läuft da rum. Ja. Oh, fuck, zwei und zwei. Bist genau reingerannt. Scheiße. Hab es gerade noch gesehen. Ich habe mal ein bisschen gewartet. So, wo bist denn du? Ich komme auf dich drauf. Jo. So, jetzt sind wir hier wieder bei der Shisha-Farm. Oh. Hab ihn. Von hinten. Rechts. Rechts rein da in dem Raum. Da ist einer. Der steht jetzt bei mir. Wo schießt es denn hier überall? Ach, waren doch wieder zwei gewesen. Hey, verdammt nochmal. Warte, bleib liegen. Ich bin bei dir. Ach, von da liegt er, rechts direkt. Ah, ich habe noch gesehen, ja, ja. Ach, scheiße. Nützt ja nichts. Ja, und ich habe halt die Musik gerade bei Battlefield ganz gerne an, um nochmal auf die tolle Musik zu kommen. Ähm, da es halt hier ab und zu so ein paar Sprachpausen gibt. Wir sind halt keine Kommentatoren, sondern wir spielen das alles live hier runter. Und, äh, wenn man sich da konzentriert, da sagt man vielleicht mal nicht ganz so viel. Und zu diesem Zweck könnt ihr euch dann an der Musik ergötzen. Ergötzen. Richtig, das ist so. Ihr könnt das Ejakulat auf das Musikbio. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Oh Gott. Habe ihn. Hilfe bei Kill, das war alles hasse ich ja sowas, ne? Aber, äh, gibt Punkte. Da kommt noch einer Treppe runter. Der lebt noch. Der geht jetzt wahrscheinlich jetzt oben hier in die Galerie irgendwo rein. Leiser, Treppe. Einen Rambo-Mann hier, aber der lebt ja immer noch auf der Treppe. Da kommt jetzt runter. Jetzt hab ich noch das Zweige heilt hier. Der ist nämlich wieder beliebt. Okay, jetzt müssen wir vier Sekunden warten. Und da ist der Benni schon. Bist du tot? Ja. Heiße. Okay, dann spawn ich mal. Der ist immer noch auf der Treppe oben. Zwei, Mann. Kein Problem, ich lauf mal runter zu B, Benni. Bin hinter dir. Aber hier ist alles noch ganz muckelig. Die Sound-Effekte sind hier so pervers geil. Wow, fuck off. Alter Schwede, da kommt noch einer. Hasten? Okay, danke. Ja, unten bei B. Mit dem Laserpointer rechts, das rechte Seite. Ja, sowas kann ich ja nicht. Dieser Night View. Der Lappen. Ja, okay. Dann sind wir tot. Kein Problem. Ich bin gleich wieder auf dem Bein. Und das wird ein schönes, langes Gameplay. Vielleicht cutten wir das noch mal in der Mitte. Nachher wissen wir noch nicht. Ach, scheiße von hinten. Da hast du aber wieder nichts gesehen hier, ne? Gut, Pflaume. Naja, ich war ja nicht bei dir. So, ich bin bei A gleich. Versuche jetzt mal A einzunehmen. Weiß nur noch nicht, wie ich da hochkomme. Ich bin jetzt an der Küche gerade. Scheiße, wir haben das Einsatzziel verloren. What the fuck. Das war eine Claymore. Was ist da oben los bei dir? Jo, da ist gar nichts los. Da war nur ne tolle Mine. Und da ist halt A. Da komme ich jetzt mal hin. Ich bin hinter dir wieder. Ja, die Claymore habe ich schon mal aus dem Weg geräumt. Scheiße. Ne Granate. Hilfe, Benni. Hilfe. Jo, danke. Da unten läuft doch einer. Ist das einer von uns? Ja, ja, das ist einer von uns. Was, lass mal hier oben kurz ein bisschen chillen. Jo. Okay, ist unsere. Guckst du nach hinten? Ja, ich habe hier so ein bisschen beides im Blick. Lass mal weiterlaufen. Hier waren ja vorhin auch ein Haufen Leute. Das wollen wir mal aufpassen. Battlefield. Close quarters. So, lass mal zu C marschieren. Komm mal hier mal an. Komm mal hier. Klare Ansagen, so mag ich das. Ob wir damit was reißen, ist die andere Frage. Ah, hier sind sie wieder. Oder? Lass mal denen Hilfe hier ein bisschen Support geben. Hoch die Treppen direkt. Da, von rechts, dass wir sie gleich flankieren können. Irgendwo schießt es hier. Ja, ja, hier hinten sind sie. Noch nicht mal Hilfe bei Kill. Keine einzige Kugel hat getroffen. Unglaublich. Dann haben wir jetzt zurück. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus mit den Flaggen. A wurde wieder eingenommen. Wollen wir da vielleicht mal hin marschieren? Ja, ich wollte hier gerade noch ein bisschen schauen. Ein bisschen zurechtfinden hier mal. Ja, auf A da oben geht es ab. Oh, wird gerade eingenommen. Alles klar. Da ist unserer da oben drin. So, Mann. Fettdackerbums gerade. Cajun, wo bist du? Ja, hinter dir. Wie immer. Rechts, hinter dir. Ah, fuck. Mit seiner scheiß Sniper da, hä? Nee, war keine Sniper. Echt nicht? Nee, da sind wir oben links im Bild, sieht man das. Was sich dann letztendlich getötet hat. So. Benni, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich laufe jetzt einfach mal zu C. Und nehme hier mal die scheiß Flagge ein. Fuck, zu spät. Ach, scheiße. Kurz bevor ich die Flagge... Ja, ja. Ich habe sie wenigstens neutralisiert. Da auf unserer Lieblingstreppe hocken sie wieder alle. Wie die Spatzen. Beim Spawn gekillt. Das darf man doch gar nicht. Ah, von hinten schon wieder. Der Destroyer. Aber es sieht ganz gut eigentlich aus. Naja, bei mir nicht so, glaube ich. Aber bei mir schaut es jetzt, wie sie sitzen hier aus. 19, 13, ja. 18, 20. Ist awesome für meine Verhältnisse. Ach, da ist er. Playzone TV. Boah, das war mal wieder hier. Belebt mich mal. Jupp. Oh, wieder von der linken Seite an der Fahne. Jupp. Schon wieder. Ah, da unten liegt er. Da zieht natürlich kein Mensch hin. Jetzt bin ich auch wieder hops. Ja, da kommen wir auf mich drauf. Aber immer. Ich spawn direkt hinter dir. So, komm, lass mich vorbei hier. Ihr du Ups. Scheiße. Teamkill oder was? Tatsache. Ach, der Lappen. Hab ich erwischt. Ach, und schon wieder ein Teamkill. Ne, doch. Ach, die Penner. Das zweite Mal schon. So, hinter mir müsste eigentlich alles frei sein. So, Flagge erobert. Hervorragend. Wow, zwei Leute. Ich weiß Granate rein oder so. Ich hab sie beide. Sehr gut. Okay. What the fuck? Was war das denn? Warum ist er gestorben? Ja, ich bin tot wieder. Sind bei B alle. Ne, sind wir da unten. Ja, genau, bei B. Also von beiden Seiten. Ich hab's nur in meinem geilen Sennheiser-Headset. Ich bin ja so stolz da drauf. Echt? Welches hast du, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung. Ich hab's heute erst bekommen. Scheiße. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab's einfach mal ausgepackt und angesteckt. Cool. Ja, mit Sennheiser kann man nichts verkehrt machen. Ich hab auch eins. Also 140, glaube ich, hat's gekostet. Ah, okay. Gaming-Headset? Ja, ne, einfach nur so ein Full-Surround-Dinges-Headset. Ohne Mikrofon. Ach was. Und das Mikrofon hast du dann Stand-Mikro wahrscheinlich. Ja, genau. Da hab ich das T-Bone. Cool. Finde ich auch besser so. Also ich mag das nicht mit Headset. Das ist nicht so mag. Eins. Ja, doch. Ich mag das sehr gerne, weil dieses Stand-Mikro, das steht ja immer vorne irgendwie im Weg, finde ich. Okay. So vor der Tastatur. Ich weiß ja nicht, wo du stehen hast. Manche stellen es ja auch unter den Tisch. Und jetzt haben wir die Runde schon gewonnen, glaube ich. Ja, geil. Nice. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich kann sogar quatschen hier, aber Single-A ist gerade gar nicht so schlecht. 21-15 ist okay. Wir haben eine nice Runde gemacht. Schön. Medic. Lief eigentlich. Also ich habe auf jeden Fall auch haufenweise Punkte eingeheimst, auch wenn ich jetzt hier nicht so der große Killer war. Ja. Level up heißt es bei mir jetzt auch. Oh, ne, so weit bin ich noch nicht. Ich habe ja auch schon einige Level. Bin jetzt Level 25, steuere auf 26 zu. Aber das dauert noch ein bisschen. Oh, wie viele Medaillen hier. Medical Fancy, Riven. So. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, aber machen wir hier auch direkt mal einen Cut, weil wir haben jetzt schon über 20 Minuten, glaube ich, voll. Allein die Runde ging ja schon 19,5 Minuten. Jo. Und ja, hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Das hoffe ich auch. Wenn ihr mal Bock habt mit uns zusammen ein bisschen Squadplay zu machen, dann einfach mal in die Kommentare reinschreiben und die meisten, die einen Daumen hoch haben für ihren Kommentar, laden wir dann mal zum Squadplay ein, würde ich sagen, oder Cajun? So sieht es aus. Wir haben Bock mit euch zu zocken. Bewert euch einfach. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.